Nun denn, ich bekomme ein Zeichen, das ist mal ein gutes Zeichen und das nehme ich auch gleich zum Anlass, um Sie alle zu begrüßen. Herzlich willkommen heute Abend, Sie, die Sie hier live dabei sind, plus diejenigen, die über das Nenne zugeschaltet sind. Ich freue mich über jeden, den ich sehe oder vermute an dem Bildschirm. Mein Name ist immer noch Marc Rolfing, ganz viele bekannte Gesichter hier, die wissen das auch schon, die wissen auch, wie es funktioniert, nämlich, das war ja früher anders, wenn Sie zwischendurch nicht an sich halten können mit irgendwelchen Einwänden, halten Sie sich trotzdem zurück, sämtliche Fragen und Anmerkungen schieben wir gerne ans Ende, weil das mit der Internet-Live-Übertragung besser funktioniert. Ansonsten ändert sich aber nichts. Ich rede und bin hinterher gespannt, ob Sie Kommentare dazu haben, zu unserem heutigen Thema Emojis. Es ist natürlich einiges leichtherziger als die Quantencomputer am letzten Mal, aber deswegen ja nicht weniger wichtig. Ganz im Gegenteil, ich nehme an, die meisten von Ihnen haben eher mit Emoji als mit Quantencomputern zu tun, aber ich will ja nichts Falsches sagen. Gleich mal die erste Frage vorweg. Als ich diesen Vortrag geschrieben habe, habe ich eigentlich gesagt, und ich habe den ja auch vorher ans HNF geschickt, ich muss den ja auch technisch aufbereiten, und der hieß Emoji everywhere. Also nichts hier mit dem S, sondern ich war der festen Überzeugung, eigentlich heißt das so, der Plural ist eigentlich Emoji. Ich konnte bis heute nicht rauskriegen, ob es tatsächlich Emoji oder Emojis als Plural heißt. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und naja, also eigentlich gibt es im Japanischen kein Plural S, es gibt ja auch kein Sushis, bitte niemand sollte Sushis sagen. Andererseits, wenn man den Duden fragt, wir sind hier in Deutschland, natürlich hat der Duden eine Meinung dazu und die haben ganz klar gesagt, doch Emoji ist nicht nur Neutrum, sondern der Plural ist auch Emojis. Gut, halten wir uns, das HNF hat sich daran gehalten, ich tue das eventuell auch, mal gucken, wahrscheinlich wird mir heute beides rausrutschen, aber bei solchen Dingen ist immer die spannende Frage, wie heißt das denn eigentlich? Aber das ist ja letztendlich auch zweitrangig, denn eins ist klar, Emoji kennt jeder, hat jeder ständig mit zu tun heutzutage, ist natürlich ein japanischer Begriff und hat auch eine ganz reguläre Bedeutung, nämlich ein zusammengesetztes, ein zusammengesetztes Begriff aus E, dem japanischen Wort für Picture oder Bild und Moji für das Wort. Also ein Emoji ist ein Bildwort, was es damit schon mal nicht ist, weil es sich aus diesen beiden Sachen zusammengesetzt ist, es hat nichts mit Emotionen zu tun, also Emoji klingt so nach Emotion, damit hat es erstmal nichts zu tun und das ist ein bisschen anders und deswegen ist auch die Geschichte, die Herkunft ein bisschen anders als das, was man so vielleicht kennt, denn die meisten von uns, die haben ja nicht mit Emoji angefangen, wie jetzt auf unseren Smartphones, sondern angefangen und bis heute nutzen, tun natürlich viele von uns in der täglichen Kommunikation die typischen Emoticons. Ich lege jetzt meinen Kopf nicht schief, weil dann fällt mir das Mikrofon runter, aber tatsächlich feiern wir dieses Jahr den 40. Geburtstag des klassischen Emoticons, nämlich des Smileys, so mit Doppelpunkt oder Semikolon Strich, Klammer zu, das wurde vor ziemlich genau 20 Jahren von damals einfach nur Scott, noch nicht Professor Scott E. Falman vorgeschlagen als Markierung für Witze in der Kommunikation, denn ja, schon damals hat man sich falsch verstanden, wenn man über Text kommuniziert hat und der hat dann eben geschrieben, wollen wir nicht einfach hier so ein lustiges Zeichen da dran machen, wenn man den Kopf schräg liegt, dann sieht man ein lachendes Gesicht, bitte markiert eure Witze bitte ab sofort so oder andererseits bei den vielen dämlichen Witzen heutzutage, macht doch einfach das andersrum dran, wenn es ausnahmsweise mal kein Witz ist, ansonsten nehme ich ab sofort alles für lustig. Und das ist als zeitgeschittliches Dokument durchaus interessant, wenn man hier sowas sieht wie, da ist noch kein Klammeraffe drin in der Adresse von Herrn Falman, obwohl es den damals schon gab, der ist schon 1971 erfunden worden, da ist hier noch Falman Ad ausgeschrieben und die Adresse ist auch noch einfach nur CMU20C, der Name des Rechners. Es gab so wenig Rechner im Inter, APA, wie immer das Netz damals hieß, da haben einfache Namen ausgereicht, eine echte Adresse mit Name und Ad und sowas brauchte kein Mensch, weil einer von wenigen Rechnern war, hat funktioniert. Also die Idee, dass man sagt, man kann doch vielleicht mit Bildzeichen eleganter kommunizieren in elektronischer Form, die ist halt 40 Jahre alt. Aber selbst das ist gar nicht die erste Idee gewesen. Man kann noch eine ganze Ecke weiter zurückgehen, nämlich bis 1896. Da hat damals die Deutsche Postzeitung diesen Artikel über die telegrafische Zeitungszeichenkunst veröffentlicht. Man kann also auch mit einem Telegrafen Stimmungen ausdrücken, indem man solche Kombinationen verwendet. Also, wer hätte gedacht, dass Deutsche sich sowas ausdenken, aber tatsächlich schon im Kaiserreich hat man sowas benutzt. Ich weiß nicht, wie verbreitet das war, aber die Idee gab es schon. Also warum nicht mal auf die Art und Weise kommunizieren. Und deswegen, die Idee ist irgendwie naheliegend, man kann mit solchen Sonderzeichen Bildchen bauen. Das Problem war, in Japan hat man das so nicht gemacht. Das hat kulturelle Gründe. Denn bei uns hier im Westen benutzt man, um Emotionen auszudrücken, vor allem seinen Mund. Also man schaut den Gingüber auf den Mund und weiß, welche Emotionen der hat. Kultur-anthropologisch scheint das zu klappen. Halt Grinsegesichter und Mundwickeln und so weiter und so weiter. Im asiatischen Raum werden für sowas die Augen benutzt. Also man schaut den Gingüber auf die Augen, um Emotionen weiterzugeben und zu erkennen. Und deswegen machen unsere westlichen Emoticons, auch im Japanischen, wenig Sinn. Wenn da ein anderer Mund drauf ist, das klappt im asiatischen Raum nicht. Und umgekehrt. Und tatsächlich ist es bis heute so, Japaner, man wird sehr viel über Zeichen kommuniziert, nein, ich meine jetzt nicht Schriftzeichen, haha, sondern auch in der Kommunikation. Aber die benutzen andere Emoticons, nämlich Ka-Omoji. Ich muss meinen Kopf nicht schräg legen und die kann ich einfach normal lesen. Aber das sind lustige Bildchen, mit denen kommuniziere ich, indem ich halt aus solchen Zeichen meine Bildchen zusammenbaue. Und da gibt es hunderte von Beispielen von, also wenn man nach Ka-Omoji googeln, werden Sie ganz viele tolle Zeichen finden. Die sind mittlerweile sogar etwa in Windows fest eingebaut. Einfach weil die im asiatischen Raum so verbreitet sind. Und da war es natürlich nur konsequent, als die Handys erfunden wurden und sich langsam durchsetzten, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, dass man auch in Japan die Handys benutzt hat, um Bildchen so zusammenzubauen. Das einerseits. Aber natürlich wollte man auch noch eleganter kommunizieren. Und da kamen dann die ersten japanischen Hersteller auf die Idee zu sagen, wir könnten doch eigentlich so als Alleinstellungsmerkmal, damit unsere Handys noch besser verkauft werden, gibt ja genügend japanische Elektronikhersteller, wie Sie sicherlich wissen, lass uns doch mal einfach in unsere Geräte noch mehr Bildchen einbauen, denn unsere Kunden, die hätten gerne mehr Bildchen. Und so begab es sich zu der Zeit, dass im Jahr 1999, und das kann man tatsächlich nicht genau benennen, die Firma DoCoMo einen Designer beauftragt hat und hat gesagt, kannst du für uns hübsche Bildchen entwickeln, wir möchten Bildchen haben, die mit unseren Kunden, mit anderen Nutzern, desselben Providers, viel besser Dinge schreiben können. Und dieser Designer ist er hier, Shigetaka Kurita, damals noch einiges jünger als da, der hat den Auftrag bekommen von DoCoMo, kannst du für uns Bildchen bauen? Wir hätten von dir gerne ganz viele Bildchen, die wir verkaufen können oder auf unseren Geräten benutzen. Und das war für ihn ein großer Auftrag, er hatte nur ein paar Wochen Zeit dafür und er hat das gemacht. Er hat sich 176 Bildchen ausgedacht, von denen er fand, die brauche ich, um alles Mögliche auszudrücken. Und natürlich ist das nicht wie heute. Leute, diese Bildchen, die hatten damals 12 mal 12 Pixel, also lächerlich wenig Auflösung, die mussten auch einfarbig sein, also entweder nur blau oder nur rot, weil mehr gab die Technik nicht hier. Und er hat diese Aufgabe angenommen und hat 176 Bildchen entwickelt, hat im Nachhinein gesagt, das sei ein sehr kommunizierter Auftrag gewesen. Nicht, weil diese Bildchen so klein waren, 12 mal 12 ist schon in Ordnung, kriegt er dahin, er ist ein Designer, aber weil das eine gerade Zahl war, die hatten keine klare Mitte, die Bildchen, hatten halt keine Mittellinie. Wenn er ein Herz bauen wollte, das konnte nicht genau symmetrisch sein. Mit 11 mal 11 wäre das gegangen. Das fand er schwierig, aber er hat es hinbekommen und hat den allerersten Emoji-Satz gebaut. Hier ist er. Das sind die offiziellen ersten Emojis, die jemals auf der Welt gab. Und natürlich sehen die völlig anders aus als heute, aber das sind natürlich ganz viele Bildchen, wie man sie heute auch noch als Emoji kennt. Was jetzt ein Telefon ist oder Tierkreiszeichen, eine Kamera, ein Fußball, ein Regenschirm, eine Wolke. Das waren die ersten 176 Emoji, die es gab und die haben jetzt die Japan her und her geschickt für sich. Und dann dreht sich die Frage auf, wenn es die doch in Japan jetzt ab 1999 schon gab, warum haben die es nicht in den Westen geschafft? Niemand von uns hat in den 2000ern Emoji benutzt auf unseren Handys. Die waren da überhaupt nicht drauf. Und der Grund dafür, dass es diese Emoji nur auf japanischen Geräten gab, ist ein wunderschönes Phänomen mit dem Namen Galapagos-Syndrom. Bezeichnet das Phänomen, dass manchmal sich an in bestimmten abgeschiedenen Orten Ökosysteme entwickeln, die es woanders nicht gibt. Wie eben auch mit Lebewerb auf den Galapagos-Inseln. Da gibt es Flora und Fauna, da gibt es nirgendwo anders. Ein bisschen wie Australien, wo alles giftig ist. Gibt es auf dem Rest der Welt nicht. Und so war es auch in Japan zu der Zeit. Die japanische Handy-Technik war erstens so weit fortgeschritten, dass diese Sachen auf westlichen Geräten gar nicht gelaufen wären. Die hatten andere Handynetze, die konnten mehr, die waren schneller. Man konnte japanische Geräte nicht auf westlichen Netzen benutzen. Wäre technisch nicht gegangen. Und zum anderen hatten die Hersteller von japanischen Geräten keinerlei Anreiz, ihre Geräte im Rest der Welt zu veröffentlichen. Die haben so viel Geld verdient in Japan, das war überhaupt nicht nötig. Das war eine komplett abgeschlossene Welt mit Handys, die konnten Dinge, die niemand anders konnte, aber der Rest der Welt hatte nichts davon. War halt einfach so. Und das ist auch so geblieben, bis 2007 das iPhone erfunden wurde. Als das iPhone erfunden wurde, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber das erste klassische Smartphone, ja das kann man verschieden sehen natürlich, aber für die meisten gilt das als Geburtsstunde. Und das iPhone gab es ja in jedem Land nur jeweils bei einem Anbieter. In Deutschland war das damals T-Mobile, in USA AT&T und in Japan sollte es eben auch ein einziger Carrier sollte das iPhone vertreiben. So wünschte sich Apple das. Und dann passiert das folgende, die beiden hier kannten sich. Den rechts kennen Sie auch, Steve Jobs. Das links ist Masayoshi Son, damals der CEO des Carriers Softbank, auch großer Handy-Anbieter oder Mobilfunkanbieter in Japan und die sollten das exklusiv in das iPhone in Japan vertreiben. Und Masayoshi Son sagt zu seinem Kumpel Steve, ich möchte dein Gerät gerne verkaufen. Das ist ein cooles Teil, aber das kann kein Emoji. Das wird ja keiner haben wollen. Kannst du das bitte nachrüsten? Und dann nach einigem Hin und Her hat Steve Jobs entschieden, ist okay, wir machen noch Emoji da rein, hat eine Designerin oder ein Pärchen von Designern beauftragt. Wir haben in der Nacht-und-Nebel-Aktion diese ganzen Emoji für das iPhone gezeichnet, mit weitaus höherer Auflösung, weil es konnte ja schon technisch ein bisschen mehr als das. Haben den ersten Original-Emoji-Satz gebaut und dann kam das iPhone in Japan raus mit Emoji, im Rest der Welt aber nicht. 2008 gab es Emoji in Japan auf dem iPhone, im Rest der Welt nicht. Erst 2011 mit iOS 5, Jahre später, sind Emoji auch in den Westen gekommen. Ich weiß, einige Jahre lang konnten Japaner schon Emoji auf ihren iPhones verschicken und benutzen und der Rest der Welt nicht. Das hat dazu geführt, natürlich kam das sofort raus, verbreitet sich im Netz, Leute haben probiert, kann ich ein japanisches Telefon importieren, kann ich mit Tipps und Tricks die Sachen irgendwie aktivieren, gibt es da Software, gibt es Apps, die das können. Aber eigentlich war ein Emoji, klang cool, aber so richtig nutzen konnte sie noch keiner, bis es 2011 überall verbreitet wurde. Das heißt, die Geschichte von Emoji beginnt weltweit, wirklich erst vor gut zehn Jahren, 2011. Und das erklärt auch, oder damit kann ich auch verstehen, was jetzt technisch dahinter steckt, warum das so schwierig war. Denn wenn ich jetzt ein Emoji benutze, wie funktioniert das denn? Und technisch gesehen, wenn ich ein Emoji verschicke, wenn ich also irgendwo auf meinem Telefon ein Emoji benutze, dann verschicke ich ja kein Bild. Wenn ich einen Buchstaben tippe, verschicke ich ja eigentlich auch keinen Buchstaben, ich verschicke ja nur irgendeinen Code, der dem Empfängergerät sagt, stell mal den Buchstaben da. Das ist bei Emoji genauso. Ich verschicke einen Code, zeige dem Empfänger mal ein lachendes Gesicht an und dann weiß das Empfängergerät, okay, ich zähle ein lachendes Gesicht an. Und naja, das heißt natürlich, wenn mein Gerät Emoji kann und das Gerät meines Gegenübers kennt noch keine Emoji, wird es nicht dargestellt. Oder wenn mein Gerät ein Emoji verschickt, meinetwegen verschickt man das Emoji, keine Ahnung, Wolke, wenn das Gegenübergerät dieses Emoji mit der Nummer nicht kennt, dann bekomme ich das hier. Haben ganz viele schon mal gesehen. Dieser Hinweis, da ist ein Zeichen, das kann ich nicht darstellen. Ganz offiziell ist das das .notdevblüh, aber die meisten kennen das als Tofu. Also ein Tofu ist ein Icon, ein Emoji, was mein Gerät nicht darstellen kann. Wo irgendeine Codenummer verschickt wurde, die mein Gerät noch nicht kennt. Das ist interessant und der Name ist schon deswegen interessant, weil es gibt kein Tofu-Emoji. Also man hat den Namen eigentlich schon ganz gut gewählt. Es gibt bis heute, trotz Japans, kein Tofu-Emoji. Das Einzige, was es gibt, der eine oder andere hat es schon mal gesehen, wäre das hier, gemeinhin als Burning Tofu-Emoji bekannt, weil es ein bisschen so aussieht wie ein brennender Tofu-Block. Ist es aber nicht. Da ist einfach nur ein Nafu da, ein japanisches Kindergartennamensschild. Also da kann man den Namen des Kindes draufschreiben, an die Brustpappen, so laufen japanische Kindergartenkinder rum. Das gibt es, aber ein Tofu-Emoji gibt es bis heute nicht. Und dann drängt sich die Frage auf, wo kommen die neuen Emoji jetzt eigentlich her? Also es gab diese ersten 176 Stück, die hatte man sich überlegt. Da war schon viel, ist aber noch nicht alles dabei. Und wo kommen neue Emoji her? Ja, seitdem. Und tatsächlich gibt es mittlerweile ein Konsortium, das Unicode-Konsortium, die darüber wachen, welche Emojis existieren und die das vereinheitlich haben. Also jeder, der ein Emoji veröffentlichen möchte, der muss das beim Unicode-Konsortium einreichen. Und wenn die zustimmen, dann wird es in den offiziellen Emoji-Schatz übernommen. Und falls das mal für sie relevant wird, ich habe hier mal die Einreichungsrichtlinien aufgeführt. Also einen kleinen Auszug davon. Das alles müssten Sie beachten, wenn Sie ein Emoji einreichen wollten. Das muss jetzt etwas halbwegs Generisches sein. Es darf noch nicht existieren. Es darf nichts Ähnliches existieren, nichts Sexistisches und so weiter. Ganz verschiedene Einbedingungen. Wenn die alle erfüllt sind, dann steht die Chance ganz gut, dass das Unicode-Konsortium bei der nächsten Emoji-Runde sagt, jetzt wird es mit aufgenommen. Tatsächlich sind wir mittlerweile bei Version 14 angekommen. Also das ist aus dem September letzten Jahres, im September 2021, das letzte Mal neue Emoji dazugekommen. Das heißt im Umkehrschluss, in wenigen Monaten gibt es die nächsten. Noch haben Sie Zeit, etwas einzureichen. Also Sie wissen jetzt, wie es geht. Wenn Sie eine gute Idee haben, reichen Sie es ein. Aber schauen Sie bitte genau nach, ob Sie die Bedingungen erfüllen. Was Sie bitte nicht tun sollten, ist etwas einreichen und hinterher, wenn es nicht klappt, darüber lautstark jammern, wie etwa die Stadt Köln das gerade macht. Die Stadt Köln hat ein anderer auf dem Dome-Emoji eingereicht. Die hätten problemlos wissen können, dass das nicht klappen kann, denn in Abschnitt 5.1 heißt es ganz klar, keine spezifischen Gebäude. Also eine Kirche ist okay, es gibt ein Kirchen-Emoji, aber es darf kein Kölner Dom-Emoji geben, weil das ist halt zu spezifisch. Hätte man vorher wissen können, aber klar, ich kann es auch einreichen und dann eine Pressemitteilung draus machen, weil die wollten unseren Kölner Dom nicht haben. Aber so ist es nicht, hätte man vorher wissen können. Und mit all diesen Einreichungen, die jetzt seit Jahren passieren, jeden September neu, sind wir mittlerweile statt bei 176 Emoji bei 3.633 angekommen. Das ist der letzte Stand. Da sind verteufelt viele. Und ja, ich habe das Gefühl, meine Schwiegermutter kennt und nutzt die alle, aber insgesamt sind es halt nicht so viele, die auch ernsthaft benutzt werden. Es gibt so Schätzungen, wie man sagt, die Top-10-Emoji, also die allerwichtigsten, so lachendes Gesicht, tränenlachendes Gesicht, machen über 80% der Nutzung aus. Also ja, es gibt reichlich über 3.500 Stück, aber ernsthaft in Gebrauch sind so viele davon nicht. Nichtsdestotrotz, es gibt all diese und es werden auch ständig neue entwickelt. Und dann fangen die technischen Schwierigkeiten an. Denn genau wie ich gerade sagte, wenn jetzt neue Emoji erfunden werden, werden aufgenommen und das sind jedes Mal ein paar hundert Stück, einmal, einmal, dann heißt das, ab sofort kann ich eine neue Code-Nummer benutzen. Aber wenn mein Handy das nicht kennt, dann habe ich nichts davon. Wenn mir jemand ein nagelneues Emoji schickt und mein Handy diesen noch nicht kennt, dann kriegt er halt nur das Tofu, das Nicht-Bekannt-Cliff. Und das ist ein Problem. Denn je nachdem, welche Art Handy Sie haben, werden ja Updates anders geregelt. Dass die Emoji, weil es Zeichen sind, sind auf der untersten Systemebene vorhanden. Das heißt, ich brauche ein System-Update. Mit einem System-Update werden auch neue Emoji dazugefügt. Das geht bei Apple relativ gut. Denn bei Apple ist ja nun so, auch ein mehrere Jahre altes Gerät kriegt noch Updates. Das heißt, alle paar Wochen gibt es ein neues Update, dann kommt dann iOS 15.3.0.7 und es sind auch neue Emoji dabei. Das klappt. Wenn Sie ein iPhone haben, was jünger ist als fünf Jahre, haben Sie den neuesten Emoji. Aber wenn Sie ein Android-Gerät haben, Android-Updates sind notorisch schlecht. Das heißt also, wenn Sie ein älteres Android-Gerät haben, wo es seit einem Jahr kein Update mehr für gibt, dann ist Ihr letzter Emoji schon auch vor einem Jahr. Und dann kriegen Sie die ganzen tollen neuen Emojis wie schwangere Männer nicht mehr dazu. Und das ist mittlerweile so weit und so ein Problem geworden, dass Google nach Jahren jetzt offiziell verkündet hat, es ist das Beste auf der Welt passiert. In der nächsten Android-Version werden die System-Updates und die Emoji-Updates endlich entkoppelt. Also, wenn Sie das nächste von einem neues Android-Handy kaufen, danach, jetzt ging es noch nicht, das wäre zu einfach, aber mit dem nächsten neuen Android-Handy, was Sie kaufen, da sind dann die System-Updates und die Emoji-Updates entkoppelt, dann dürfte Ihnen noch nichts mehr entgehen. Das ist für viele Leute weitaus wichtig als jedes Sicherheits-Update. Hauptsache, die Emoji sind da und das muss eben geregelt sein. Die müssen dem System hinzugefügt werden. Jetzt werden Sie das einzeln. Und dann haben Sie bald auch zum Beispiel kann Ihnen jemand den Code Point F9A5 schicken und Ihr Handy weiß, dass das fault hier. Nur als Beispiel. Das Grundproblem bleibt aber ja bestehen. Wenn ich ein Emoji verschicke, verschicke ich nur eine Nummer und sage, stell das Bild mal da. Das klingt jetzt erstmal ziemlich klar und das ist bei einem Buchstaben ja auch kein Problem. Wenn ich einen Buchstabencode verschicke, ich habe mir den ASCII-Code 75 verschickt, dann ist das der Buchstabe K. Ob der jetzt in der Schriftart Arial oder Times New Roman oder Comic Suns dargestellt wird. Letzteres sieht zwar peinlich aus, aber jeder weiß, das ist ein Buchstabe K. Aber wenn ich sage, ich verschicke ein Emoji, dann kann es auf jedem Gerät ein bisschen anders aussehen. und auch man denkt erstmal, ja wo ist denn das Problem? Ist hier, keine Ahnung. Verschickert mal ein lachendes Gesicht, dann sieht das auf jedem Gerät ein bisschen anders aus. Also bei Apple ist das Emoji anders als bei Google oder bei Samsung oder bei WhatsApp. Das ist ja klar. Hier scheint das zu klappen. Voll was los da, ich weiß auch nicht. Übrigens, diese Bildchen stammen von der Emojipedia. Kann ich nur sehr empfehlen, eine tolle Seite, kann man viele andere Sachen nachgucken, alle Emojis auch immer. Aber wenn ich jetzt mal nachgucke, die Bildchen, die kann ich, ist überall ein lachendes Gesicht, finde ich okay. Aber wenn man mal historisch zurückgeht, nur jetzt mal um hier bei einem Beispiel zu bleiben, auch Emojipedia, kann ich auch nämlich Historie gucken, das lachende Gesicht Emoji sah bei Samsung in der Vergangenheit auch schon mal anders aus. Und in den älteren Versionen, da ist das schon ein bisschen trauriger. Weil da kann man dann schon sagen, wenn ich so ein Bild bekomme und vielleicht ohne Kontext, dann weiß ich gar nicht so ganz genau, ist das echt fröhlich oder ist der einfach nur traurig. Also die Interpretation eines Emoji, die kann durchaus davon abhängen, welche Art System ich habe. Weil das Bild ein bisschen anders aussieht, ist absolut schon mal möglich. Und das bitte immer im Kopf behalten. Ich weiß nicht, wie es beim Empfänger aussieht. Jemand, was er für ein System hat, entweder sieht er gar nichts, das wäre dann peinlich, nur den Tofu, oder er sieht halt seine Systemversion des Ganzen. Die exakte Darstellung kann ich aber nicht wissen. Und das kann zu tollen Situationen führen. Zum Beispiel durchaus lustigen Dingen, wie dieses hier. Wenn ich ein Hamburger Emoji verschicke, wie hat ein Hamburger auszusehen. Und das war vor einigen Jahren ein echter Streitpunkt. Weil der Apple-Hamburger sah anders aus als der Google-Hamburger. Und dann muss man sich tatsächlich natürlich fragen, darf ich den Käse unter das Fleisch tun? Und dann gab es eine riesen Diskussion. Die, wie man diesen Tweet hier ansieht, es musste sich erst mal der Chef von Google, Sundar Pichai, einschalten und sagen, ich kümmere mich persönlich darum, unser Hamburger Emoji ist nicht so ganz ideal. Ich bringe das in Ordnung. Chefsache. Also solche Dinge. Wie ein Hamburger aussieht, ist anscheinend nicht ganz trivial. Und tatsächlich hat Google so einige Probleme mit der Darstellung von Essen. Es gab auch mal das Bier Emoji bei Google, wo man dann fairerweise fragen kann, nochmal echt mal, im Ernst Google, wie sieht bei euch ein Bier aus in der Kantine? Weil der Schaum, der schwebt nicht über dem Glas. Auch das ist mittlerweile korrigiert, aber in den alten Versionen sah auch mal das Bier so aus. Und ja, da kann man sich darüber amüsieren und sagen, alles klar, haha, lustige Essensachen ist aber jetzt echt nicht so wichtig. Und ich würde Ihnen zustimmen. Aber, was ist denn, wenn ich ein Pistolen-Emoji verschicke? Das sind beides Pistolen. Aber die Wirkung ist eine sehr andere. Und tatsächlich, das Links da, so sah das Pistolen-Emoji auf allen Systemen aus, als Emoji erfunden wurden. So, um 2008, 9, 10, 11, 12. Es war eine richtige, echte Knarre. Realistisch dargestellt, zum Leute erschießen. Und in der Nacht-und-Nebel-Aktion hat Apple in iOS-Version 8, glaube ich, 2014 oder 2015 herum, entschieden, das Pistolen-Emoji ist ab sofort eine Wasserpistole. Und Sie können sich leicht vorstellen, das war in den USA eine große Sache. Denn damit wird ja praktisch das Erste und das Zweite Amendment auf einmal verletzt. Freies Tragen von Waffen und Meinungsfreiheit. Ich verlange doch bitteschön, dass ich als ordentlicher NRA-Unterstützer eine Knarre verschicken darf. Das konnte ich mit Apple plötzlich nicht mehr. War ein Riesenthema. Apple ist da hart geblieben. Seitdem ist das Pistolen-Emoji eine Wasserpistole. Alle anderen Hersteller haben nachgezogen. Mittlerweile gibt es auf keinem System mehr realistische Waffen. Aber eine Zeit lang konnte ich Pistolen verschicken. Und dann kommt die Frage tatsächlich sehr schnell auf. Wenn ich jetzt ein Emoji verschicke, vor allem ein Pistolen-Emoji, was heißt denn das? Welche Intention verfolge ich denn damit? Und damit haben sich schon Gerichte beschäftigt mit der Frage. Jetzt im Falle dieses Pistolen-Emojis zum Beispiel, wenn man hier sieht, hat ein Franzose, ist zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er seiner Ex-Freundin dieses Pistolen-Emoji geschickt hat. Und die hat gesagt, ich empfinde das als Bedrohung. Das ist für mich eine Nachricht, die mich bedroht. Und das sah das Gericht genauso. Und dann werden die Fragen sehr schnell spannend natürlich hier. Und sagt, wenn ich jetzt ein Bildchen verschicke, ein Emoji, was genau ist denn damit gemeint? Und dann kommt noch dazu, ich weiß ja gar nicht genau, wie es ankommt. Eine Zeit lang wäre es ja sogar so gewesen, hätte der arme Mann ein Pistolen-Emoji verschickt. Es wäre beim Empfänger als Wasserpistole angekommen, aber er wollte was ganz anderes sagen oder umgekehrt. Also solche Dinge sind natürlich nicht ganz einfach zu beantworten und das wird immer wieder passieren. Immer mehr Menschen kommunizieren mit Emoji. Entweder zusätzlich oder ausschließlich. Und das wäre jetzt hier ein Beispiel. Pistole verschickt, ist eine echte Bedrohung, ist so angekommen, aber in den Knast dafür. Oder was ist, wenn sie eine solche Nachricht bekommen würden? Auch das ist ein realer Fall. Es war im Original Hebräisch, ich habe nochmal hier die übersetzte Version benutzt, aber es ist ein Fall aus Israel. Da hatte jemand sein Haus inseriert zum Vermieten und ein Pärchen schrieb ihm zurück, das was hier steht, am Haus interessiert, Juhu, Champagner, nur diskutiert, wann können wir darüber reden? Und dieser Vermieter hat diese Antwort und gesagt, oh, das ist aber toll, die wollen das Haus echt mieten, hat die Anzeige aus dem Netz genommen. Kurze Zeit später haben die beiden gesagt, ach nee, so war das nicht gemeint, das war nur, wir wollen nur gucken. Auch da kam es zum Prozess, weil der Verkäufer oder der Vermieter sagte, ich habe hier einen Schaden erlitten, mein Haus habe ich erst später vermieten können, weil ich habe es herausgenommen, ich verlange Schadenersatz auf diese Nachricht hin. Und auch dann muss man sich halt fragen, wie ist das gemein, wie kommt das an? Und das wird dann immer wieder, immer mehr passieren. Immer mehr Leute kommunizieren über Emoji, also müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Oder um einen Fall aus Deutschland zu nehmen, da wurde das hier verschickt an einen Vorgesetzten, kam zur Kündigung. Und dann, ich weiß nicht, was bei Tönnies war tatsächlich, gute Idee eigentlich, und auch hier wieder, ist ein sehr niedliches Schwein, aber es ist halt ein Schwein. Und das deutsche Gericht hat entschieden, zusammen mit dem restlichen Kontext, da gab es eine Vorgeschichte und deswegen kann man das nur als Beleidigung auffassen, das ist ein Kündigungsgrund genug. Aber in Deutschland heißt es auch ganz klar, ein Emoji alleine reicht nicht aus. Aber im Kontext gesehen ist das Teil der Kommunikation, mit dem Rest dazugenommen, kann ich das benutzen. Also ich kann mich nicht rausreden mit, das war doch nur ein Bildchen. Zusammen mit dem Rest der Kommunikation wird das tatsächlich herangezogen. Und auch die amerikanische Rechtsanwaltskammer, ich weiß nicht genau, in welchem Bundesstaat auch gesagt, wir haben das immer häufiger, gerade im Fall von Scheidungen und solchen Dingen, werden natürlich auch Emoji oder werden elektronische Kommunikation als Beweismittel vorgelegt für die Untreue des Ehepartners und so weiter. Und die sagen auch ganz klar, das wird immer wieder vorkommen, liebe Anwälte, liebe Richter, was ihr tun müsst, ihr könnt nicht einfach nur in die Begründung schreiben, es gab Emoji-Kommunikation, das ist zu wenig. Ihr dürft auch nicht schreiben, Beschuldigte hat ein Schwein verschickt, weil es ist einfach überhaupt nicht klar, was der Rest war und welches Schwein das war und welches System, sondern die sagen ganz klar, wenn das vor Gericht verwendet werden soll, wir brauchen Originalausdrucke des echten Emoji, das verwendet worden ist. Wenn ich wirklich sagen kann, so sah das Bild aus, dann kann ich mir davon auch, kann ich mir eine Meinung dazu bilden. Aber wie gesagt, einfach nur rausreden mit, war doch nur ein Bild und war nicht ernst gemeint, das klappt nicht, das gibt auch die aktuelle Rechtslage absolut her, also benutzen Sie gerne Emoji auch mit Ihrem Anwalt oder Ihrer Exfrau, aber seien Sie dessen gewahr, das kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden, weil es ist normale Kommunikation, das passt hier schon. Und das wird ja immer komplizierter. Es gibt immer mehr Emoji, also ich kann immer mehr Sachen per Emoji ausdrücken und nicht nur das, mittlerweile habe ich ja auch die Möglichkeit, meine Emoji oder ein anderer Punkt noch, war noch viel gemeiner, was ein Emoji genau bedeutet, das wandelt sich. Das heißt, das Pfirsich-Emoji ist praktisch nie ein Pfirsich. Da können Sie fragen, wen Sie wollen. In einem Drittel, also nur in sieben Prozent der Fälle ist dann mit dem Pfirsich ein Frucht gemeint. In einem Drittel aller Nutzungsszenarien ist es ein wohlgeformtes Hinterteil. Was man ja durchaus da auch sehen könnte. Und auch da, das wird gerne mal von, gerade von Apple, die ja ein bisschen prüde sind, gerne mal geändert und Leute sind sehr unglich. Wenn es weniger hinterteilig aussieht in der neuesten Version, mögen die Leute nicht. Also deswegen, ein Pfirsich ist meist ein Hinterteil. und deswegen auch noch in weiteren sieben Prozent der Fälle echt sexuell gemeint und kaum als Frucht. Und von der Aubergin will ich gar nicht erst anfangen. Also passen Sie auf, welche Früchte Sie verschicken, da sind durchaus andere Sachen drin. Und deswegen, manchmal nehmen Emoji andere Bedeutungen an. Auch je nach Alter des Nutzers. Fragen Sie gerne mal Ihre unter 20-jährigen Kinder. Die haben natürlich auch ganz andere Varianten da in Benutzung, die Ihnen niemals auffallen würden, aber die sehr peinlich werden können. Und wie gesagt, dazu kommt eben auch noch, dass ich mittlerweile nicht nur Emoji habe, was ja schon viel wäre, und ich kann mittlerweile ja auch meine Hautfarbe noch oder Hautfarben noch ändern. Früher waren Emoji alle, immer waren sie nur gelb, dann wurden sie mehr oder weniger weiß, ganz normativ. Mittlerweile kann ich Emoji auch in verschiedenen Hauttönen verschicken, was einerseits schön ist, dann sind aber ganz neue Schwierigkeiten auch eröffnet. Wie wird das jetzt dargestellt? Ist das mein eigener Hautton? Will ich jemandem irgendwas unterstellen? Ist das rassistisch? Ist das gar nicht so trivial? Und das führt sogar so weit, dass die ersten Hersteller, etwa Google mittlerweile, sagen, das mit den Hauttönen, das wird uns alles so kompliziert. In unserer neuesten Version, unser Vorschlag wäre jetzt schon wieder, solche Blobs zu benutzen. Vergesst realistische Menschen. Das lässt viel zu viel Spielraum für, das sieht nicht genau aus wie ich, jetzt bin ich beleidigt, sondern stattdessen gibt es dann solche Blobs, die kann ich viel lustiger benutzen. Dann ist völlig klar, das ist auch ein Typ mit Turban, aber ich muss mir keine Sorgen machen, hat er einen richtigen Bart, ist irgendeine religiöse Minderheit in Indien, sondern das ist einfach nur ein Blob mit Turban, jeder weiß, was gemeint ist, mehr muss ich nicht tun. Kann ja auch mal ganz spannend sein. Und auf die Art und Weise kriechen Emoji immer weiter in unsere Kommunikation, in unser Alltagsleben hinein. Deswegen Emoji benutzen tut so ziemlich jeder auf dem Smartphone. Das geht aber auch woanders, ich könnte genauso gut mittlerweile meine Emoji auch noch kombinieren. Habe ich ja vorhin gesagt, eigentlich macht es Apple besser. Und dann haben wir die neueste Version. Das klappt ziemlich super. Neue iOS-Version, jeder kriegt das Emoji mit dabei. Google hängt hinterher. Was aber Google kann, und das macht schon Spaß, ist die Emoji-Kitchen. Also, wenn Sie mögen, wer ein Android-Handy von Ihnen hat, wenn Sie das offizielle Google-Keyboard benutzen, wenn Sie da mehrere Emoji ineinander schreiben, dann wird es hier zu kombinieren. Sehr lustiges Spielzeug. Also, wenn ich sage, ich habe eine Krone und einen Tiger verschickt, dann kriege ich einen Tiger-King-Emoji. Kann ja mal wichtig werden. Das sind ja tausende von Möglichkeiten, Emoji zu kombinieren. Sehr lustiges Spielzeug. Auch hier wieder ist nicht klar, dass es bei Apple-Nutzern entsprechend ankommt. Die haben das eben nicht. Aber unter Android-Usern, warum nicht mal die Emoji-Kitchen benutzen und auf die Art und Weise Dinge zu Neuigkeiten kombinieren, die es sonst nicht gab. Können ja mal lustig werden. Und wenn Sie es echt auf die Spitze treiben wollen, und wir alle sind nicht mehr so jung, eigentlich sind wir die Generation Handy, sondern eigentlich mehr die Generation PC von früher. Wenn Sie es machen möchten. Es gibt natürlich mit der Emoji-Tastaturen. Also, die ist jetzt auch noch schön bunt, davon war ganz ab. Aber jetzt habe ich hier neben dem normalen Keyboard rechts eine Reihe von Emoji. So kann ich ohne Probleme in meine Kommunikation, auch auf dem PC, schnell mal ein Emoji dazwischen hauen. Und diese Tasten, die fünf Tasten rechts, die kann ich auch austauschen, durch andere Emoji ersetzen. Also, wenn das für Sie interessant ist, warum nicht mal sowas verschicken? Und natürlich, Tipp am Rande, auf jedem Windows-PC, Windows-Taste Punkt, gibt Ihnen die Emoji-Tastatur. Das geht immer, in allen aktuellen Windows-Versionen. Also, wenn Sie sich fragen, wo kommen die Emoji eigentlich her? Windows-Taste Punkt, können Sie auch an Ihrem Arbeitsplatz-PC jederzeit Emoji benutzen. Vielleicht ist es ja das, was Ihnen immer schon gefehlt hat. Mal gucken, was die Kollegen dazu sagen. Also, benutzt wird das? Keine Frage. Und jetzt haben wir so etwas über die Technik gesprochen. Und die ist ja auch wichtig. Und wo kommen die Emoji her und wie geht das alles? Aber die haben ja einen Sinn und Zweck. Ich benutze ja Emoji zur Kommunikation. Darum mache ich das Ganze ja. Und mal eben ein Emoji irgendwo einzustreuen, ist ja die eine Sache. Das machen die meisten Leute. Also, es gibt da Schätzungen dazu. Mittlerweile etwa 20% aller Nachrichten, die auf der Welt verschickt werden, enthalten mindestens ein Emoji. Tendenz steigend. Also, Sie werden ständig Emoji treffen, aber noch benutzen Sie die als Ergänzung zu anderen, zur Buchstabenkommunikation. Aber wer weiß, es gibt die ersten Ansätze, sowas zu machen. Hier ist das erste Buch, das komplett in Emoji geschrieben wurde. Das ist ein ganzer Roman. Book from the ground, from point to point. Japanischer Autor. Das ist komplett in Emoji geschrieben. Ein ganzes Buch. Klingt erstmal ein bisschen mysteriös, aber wir können ja mal reinschauen. So sieht das aus. Auf den ersten Blick würde ich genau wie Sie sagen, um Gottes Willen, das werde ich doch nie verstehen. Das macht doch keinen Sinn. Aber wenn man sich mal kurz das ansieht, eigentlich geht das. Geht ja los mit, ich habe es in Seite 3 oder so, er guckt jemand in den Spiegel und ist dann, nee, ist doch nichts für mich. Das weiße Hemd passt nicht. Lass mal wechseln. Vielleicht jemand ein blaues. Nö. Ein anderes Hemd, nee, passt auch nicht. Lass mal ein paar Mal das Hemd wechseln. Was würde ihr wohl gefallen? Ich habe eine Idee. Ein weißes Hemd. Und dann noch eine Krawatte dazu. Saugeil. Passt. Kann das Anziehzimmer verlassen. Ich gehe in die Küche. Oder er geht in die Küche. Wer weiß. Das ist, glaube ich, ein Er in dem Fall. Kaffeemaschine anschalten. Toast in die Pfanne schmeißen. Spiegelei. Vielleicht ist es auch so ein, wer weiß, French Toast, sowas in der Art. Aber man kann sich da einlesen. Also die Kommunikation funktioniert. Die Geschichte wird erzählt. Ich würde Ihnen vollkommen recht geben und sagen, das ist jetzt von der Form her, ob ich jetzt sage, ist das literarisch besonders aufregend? Das ist eine andere Frage. Andererseits literarisch, Formen entwickeln sich ja auch weiter. Vielleicht gibt es mal irgendwann auch reine Emoji-Bücher, wo einfach die Emoji auch so kunstvoll zusammenkommen sind. Man sagt, das ist auch stilistisch eine schöne Sache. Wird sich dann zeigen. Aber zu behaupten, man könne damit keine Geschichten erzählen, das stimmt ja so nicht. Aber wie gesagt, ich möchte es noch nicht lesen. Mal sehen, wann es dabei kommt. Tatsache ist aber, mit Emoji Informationen zu vermitteln, das ist bereits benutzt worden, für durchaus spannende Dinge. Zum Beispiel in diesem hier. Das sieht auf dem ersten Mal auch wieder das Bild aus. Das sind chinesische Schriftzeichen mit ganz vielen Emoji dazwischen. Und was wir hier sehen, das ist die Geschichte von Ai Fan. Ai Fan ist eine Ärztin aus Wuhan. Und Ai Fan war eine der Ersten, die Ende 2019, Anfang 2020 plötzlich mysteriös hustende Patienten in ihrer Station hatte. Und sagte, ich verstehe das nicht. Ich kenne die Krankheit nicht. Ist anscheinend von irgendeinem Markt auf Menschen übergesprungen. Ganz komische Sache. Und diese Ärztin hat das beschrieben. Die hat auch festgestellt, die überträgt sich von Mensch zu Mensch die Krankheit. was lange Zeit keiner wahrhaben wollte. Deswegen, wenn er jetzt SARS in dem Text ist, das ist noch SARS 1. Das war noch vor SARS-CoV-2 und Covid. Die hat diese Krankheit gefunden und wollte das gerne im Publikum machen. Wollte also den Rest Chinas und die Welt davor warnen. Achtung, das ist eine neue gefährliche Infektionskrankheit. Durfte sie aber nicht. Weil ihre Vorgesetzten und die Funktionäre in Wuhan sagten, nee, sag mal lieber bitte nicht weiter. Das wirft kein gutes Licht auf China. Und alle ihre Versuche das zu veröffentlichen sind von der Zensur geblockt worden. Auch die Versuche das in sozialen Medien Weibo und sonst wo wurde alles von der Zensur geschnappt. Bis die Geschichte als Emoji formuliert wurde. Und das war nicht das Einzige, aber das war ein wichtiger Faktor um diese Neuigkeiten über Covid aus China rauszukriegen. weil der Staat das gerne für sich behalten wollte. Also auch das funktioniert mit Emoji und auch hier das war für den Rest Chinas absolut lesbar was da steht. Wir können damit was anfangen aber die Zensoren haben nicht schnell genug begriffen. Konnte man nicht automatisiert machen hat also funktioniert. Also deswegen sinnvoll einsetzen oder zur Kommunikation auch von solchen Informationen benutzen geht mit Emoji durchaus. oder sie machen es einfach zum Spaß kann auch Emoji auch benutzen um einfach Kunst zu machen wie das hier. Also warum denn nicht aus ganz vielen Emoji mal ein Kunstwerk zusammensetzen auch da spricht überhaupt nichts dagegen. Ist aber immer noch natürlich hier Spielerei Kommunikation bleibt das eigentlich Entscheidende und dann drängt sich ja die Frage auf warum benutzen wir Emoji in der Kommunikation? Wir haben doch Buchstaben die funktionieren doch ich kann doch alles mit Buchstaben ausdrücken stimmt aber ich glaube jeder hier weiß auch schriftliche Kommunikation im Internet ist ganz schön fehleranfällig jeder hat schon mal glaube ich eine E-Mail geschrieben oder eine Whatsapp oder was auch immer die einfach nur falsch angekommen ist weil natürlich wenn ich nur einen Text verschicke so wie das hier dann da sind Informationen drin das ist keine Frage aber es fehlt halt alles das was ich ansonsten wenn ich das jemandem erzählen würde und das ist jetzt nicht mein Beispiel das war an einem wunderbaren YouTube Kanal wo jeder mal nachgucken sollte wenn ich das so verschicke praktisch emotionslos sagt too many taps dann bringt es nicht viel aber sobald ich dann noch Emotionen mit dazu bringe und das mache ich ja mit Emoji wenn ich sowas verschicke hier ist plötzlich völlig klar was dazu gehört hey ich war da bis zwei Uhr wach das ist ganz andere Sache das so zu sagen oder halt und dann jetzt ist klar habe ich ja noch gelernt oder wenn ich das so verschicke ich war da bis zwei Uhr wach du weißt wen ich meine dann sind das ganz andere Botschaften die da rüber kommen also die Kommunikation wird natürlich anders wenn ich Emoji dazunehme und genauso werden die auch benutzt Emoji ergänzen das was ansonsten in der Kommunikation nicht rüberkommt und in der Form unterscheiden sich nicht von meinen Emoticons früher nur eben dass ich jetzt 3633 zur Verfügung habe und nicht mehr nur Grinsegesicht oder trauriges Gesicht für den Kopf noch schieflegen muss sondern dann packen wir ein paar mehr Bilder aber von der Nutzung her bleibt es an der Stelle eigentlich gleich also ich kann davon ausgehen Mimik und Gestik werden in der Online-Kommunikation durch Emoji das funktioniert auch und man hat sich das in verschiedenen Stellen angesehen und alle die da drüber geforscht haben würden auch unterstreichen das funktioniert ich sehe den Emojis einfach an mit wem ich da ungefähr zu tun habe ob man jetzt so weit geht wie diese Studie hier der sagt Persönlichkeitsmerkmale sind in Emoji sichtbar also wenn ich mit jemandem Text kommuniziere und der benutzt Emoji dann kann ich in Emoji kann ich ablesen was für eine Art Mensch ist das und dann gibt es so Zusammenhänge wie je mehr Emoji desto offener das klingt für mich alles relativ simpel aber wird zumindest so rein statistisch kann man das sagen je mehr Emoji desto offener und freundlicher ist jemand gut muss ich auch mal so glauben oder man könnte auch sagen wenn ich mich auf den Weg kommuniziere dann kann ich an der Emoji Nutzung das wäre ja eben 1 zu 1 Face-to-Face Gespräch auch möglich kann seine Stimmung ablesen und das wird zum Beispiel auch das aktuelle Studie zu weit kann ich als als Vorgesetzter eines Remote-Mitarbeiters dessen Arbeitszufriedenheit erkennen daran wie viel Emoji der benutzt und das ist wiederum für viele Firmen spannend zu sagen können wir vielleicht sogar automatisiert rauskriegen immer Mitarbeiter sind im Homeoffice wir wissen nicht mehr so richtig wie es denen geht nicht dass die kündigen wollen oder ein Burnout bekommen aber ich kann an deren Emoji Nutzung ablesen wenn ich merke deren Emoji Nutzung geht zurück dann muss ich mir langsam Sorgen machen und ihnen irgendwas anbieten sowas in der Art können sie mal ausprobieren wenn sie gerade im Homeoffice arbeiten stellen sie Emoji Nutzung ein gucken ob ihr Chef reagiert das wäre eine andere Frage aber solche Ansätze werden gemacht und zumindest scheint das insgesamt zu funktionieren also Emoji Nutzung hat sich in der Pandemie tatsächlich geändert also quantitativ zumindest es wurden 5,6% weniger Emoji benutzt in der Covid Zeit also die Zahl ist zurückgegangen und noch viel schlimmer zum allerersten Mal war dieses Emoji hier das meistgenutzte bis 2020 waren immer fröhliche Emojis die meistbenutzten und beliebtesten und ab dem Jahr 2020 ist plötzlich das das beliebste nein das meistbenutzte beliebt wäre ja ein falscher Begriff hier das meistbenutzte geworden denken Sie hier einen Teil dazu ob man das so verwenden möchte aber ich kann an Emoji also auch ablesen wie derjenige gerade so drauf ist vielleicht und auch das ist ja keine neue Idee tatsächlich gibt es ja die Sache kann ich denn mit Emoji und dann mit verschiedenen Gesichtern Dinge darstellen wird auch in der Medizin beispielsweise benutzt wo es die Wong-Baker Skala gibt vielleicht schon mal jemand gesehen wenn es dann heißt wie sehr tut es ist denn W sagen Sie mir noch mal wie schlimm der Schmerz wirklich ist denn es ist ja nicht ganz trivial einen Schmerz zu beschreiben und hat diese Skala hier durchgesetzt um eben klar zu machen wie schlecht geht es mir wirklich ist es nur eine 4 oder ist es echt eine 8 so langsam brauche ich Fentanyl also sowas in der Art und das ist ja letztendlich und es gibt durchaus Überlegungen dass man in der Zukunft in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient beispielsweise auch auf Emoji zurückgreift sei es wegen Sprachbarkeit Dinge sind teilweise schwer zu beschreiben dann arbeitet man auf dem Weg also mal schauen wie sich das noch entwickelt all diese Dinge sind natürlich jetzt gar noch am Anfang gegriffen benutzen tut Emoji jeder und wir wissen jetzt wie sie technisch funktionieren wie häufig das benutzen ich weiß nicht wie ihre Persönlichkeit so ist ob sie viel oder wenig verwenden aber sie haben den perfekten Zeitpunkt heute hier gewählt denn das muss ich auf jeden Fall noch mit dazu sagen haben wir eben gehört im September gibt es neue Emoji aber nicht nur das bereits am 17. Juli also in gut 4 Wochen ist wieder World Emoji Day den gibt es seit 20 Jahren jedes Jahr und der ist deswegen am 17. Juli weil das allererste Emoji Kalender Icon auf dem ersten iPhone den 17. Juli gezeigt hat purer Zufall und seitdem haben alle anderen gesagt ach so wenn das auf dem ersten iPhone drauf war dann ist das ab sofort World Emoji Day also in 4 Wochen ist World Emoji Day und da wird es diverse Veranstaltungen geben natürlich zu neuen Emoji und so weiter und so weiter und vor allem können Sie bis dahin noch und das wäre dann meine Aufforderung an Sie wenn Sie ja schon wissen worum es geht an dieser Stelle hier gibt es die Wahl zum beliebtesten Emoji des Jahres wird demnächst freigeschaltet also wenn Sie Ihren Teil beitragen möchten dann gehen Sie gerne zu dieser Seite hier das ist auch wieder mal die Emojipedia die machen sich da wirklich verdient und sobald das dann in einigen Tagen freigeschaltet ist stimmen Sie gerne mit ab und dann bin ich sehr gespannt welches Emoji dieses Jahr das Rennen macht was ist ja Ihr Favorit mit dabei vielleicht gibt es auch demnächst ein neues Emoji was genau Ihren Wünschen entspricht bis dahin sind Sie noch mit den 3633 ganz gut dabei so viel aber zum Thema Emoji heute von mir hier für Sie wir sind am Ende angekommen ich sehe das immer daran dass Kollege Andreas nach unten kommt ganz vorsichtig denn vielleicht gibt es ja Fragen die Sie oder Anmerkungen die Sie hier dazu haben einige Gesichter habe ich zwischendurch gesehen da bin ich gespannt deswegen damit wir das dann auch im Internet mit hören können wenn Sie die Frage einfach nur so stellen dann würde ich die einfach nur kurz hier aufholen aufheben nehmen würde Sie kurz laut wiederholen damit das Internet das auch hören kann also nicht wundern ich wiederhole Sie nicht weil Ihre Frage so aufregend war sondern damit es jeder ankommt aber gibt es Ihrerseits Anmerkungen zum Thema Emoji und aus welcher auch die Sie auch sprechen können weil nur Grinsen klappt ja hier nicht also genau hier kam noch mal gerade die Frage wie gesagt das Original Emoji eben das Doppelpunkt Bindestrich Klammer zu ist ja ein Smiley wie das heißt andersrum ist also tatsächlich gibt es meines Erachtens keinen Namen das könnte ja ein Frowny oder sonst was sein aber ich weiß es nicht ich glaube es gibt nur den Begriff Smiley die meisten benutzen ja auch Smiley für jede Art Emoticon ist ja ein bisschen Oberbegriff geworden ob ich jetzt ein Semikolon habe für einen Zwinker Smiley oder nur ein Doppelpunkt man würde ja trotzdem in allen Fällen Smiley sagen also von daher gibt es da keinen meines Wissens wird da nicht von der Sprache her unterschieden ja vielen Dank auch von meiner Seite für diese große Reise in die kleinen Bildchen so will ich es mal nennen faszinierend was man daraus alles interpretieren kann hervorleiten kann was auch die Geschichte ist also wirklich sehr spannend und ja wenn Sie im Saal eine weitere Frage haben gerne genau wer wer mag schieße los offensichtlich alle alle den die Mundwinkel nach oben gezogen wenn keine Fragen da sind dann fange ich auch an zu grinsen so gut ich das kann ist ja nicht leicht mit Maske heutzutage aber gerade geht es ja wieder dann sind wir echt am Ende angekommen das heißt für mich ich darf mich bedanken bei Ihnen vielen Dank fürs Hören schön dass Sie da waren schön dass Sie zu Hause zugehört haben danke an die ganze Technik hier die es möglich gemacht hat kommen Sie allesamt gut nach Hause würde mich freuen Sie beim nächsten Thema wiederzusehen bis dahin aber machen Sie allesamt gut bleiben Sie gesund nochmal danke und tschüss Bevor ich mich daran anschließe darf ich noch zwei Hinweise loswerden zum einen sehen Sie hier das neue Programmheft des HNF gerade heute druckfrisch erschienen für die Monate Juli August September das komplette Programm des HNF das Heft finden Sie vorne an der Information können Sie kostenlos mitnehmen und die Online-Zuschauer finden die Termine natürlich auch auf hnf.de dort sind Sie schon eingestellt also informieren und gleich buchen dort wo man sich anmelden muss und dann der Hinweis auf den nächsten Vortrag von Mark Rolfing wir machen eine kleine Sommerpause aber am 27. September ist er wieder hier zu Gast und dann geht es um NFT und Kryptowährung ja vielen Dank kommen Sie gut nach Hause schönen Abend noch danke genau tschüss danke vielen Dank Vielen Dank.